Hallihallo, hier ist wieder Papa Noob und es geht weiter mit Skylanders Swap Force. Ja, und ich muss schon wieder zu scharf hin. Langsam wird es langweilig, die können sich mal was anderes einfallen lassen hier. Beziehungsweise, stopp, bevor wir da rüber gehen, gucken wir mal noch in die andere Richtung. Weil ich hatte, äh, geh weg, in Erinnerung, dass da oben auch nochmal irgendwas auftaucht. Also, nicht, äh, also, also da eigentlich. Weil da drüben ist doch eine Insel. Wo komme ich da nicht hin? Was ist da doof? Okay, pfeift drauf. Abmarsch da rüber. Vielleicht kommt das noch. Wir werden sehen. Platsch. Äh? Okay. Den Frostfestbergen. Sind die Berge jetzt frostfest? Oder findet da ein Frostfest statt? Oder man sieht die Hand vor Augen nicht. Es gibt kein Licht, das einen da irgendetwas sehen lässt. Du musst also durch diese Schneestürme in den Frostfest bergen. Was, Skylander? Ich kann dir vielleicht helfen. Kennt einer von euch den Illuminator? Was? Nein, aber ist es so toll wie diese Schneekugel? Besser noch. Es ist ein besonderes Relikt der Frostelfen der Winterfeste. Und es erleuchtet den Weg der Schraubestürme. Ach, ich liege, welch Wohltag. Lass mich wissen, wenn du bereit bist, aufzubrechen, Skylander. Was ist das Schöne, wenn man alt genug ist und seine eigene Kohle verdient? Man kann abends faul auf der Couch liegen, alberne Videos aufnehmen und keiner hat einem was zu sagen. Probleme musst du früher jahrelang fleißig sein. So ein Käse. Das ist ganz schön warm hier, was? Ach, das spürst du, oder? Autsch, mein Gesicht ist woanders. Also, mir ist eigentlich schon warm genug, danke. Hey, Avril, sieh dir das mal an. Der, der Illuminator, schnell schaffen. Hoppla, na das sind mal viele Schneebellen. Die Frostelfen sind in Gefahr. Ah ja. Kindgerecht. Sie bewerfen sich nur mit Schneebellen. Sie sind schon an unserer Verteidigung. Bemannt die Katapulte. Da hast du dir mal eine Schneeballschlacht eingebracht. Was, das? Avril, bist du das Kleine? Die Skylander brauchen dringenden Illuminator. Und ich wusste, ihr würdet ihn nicht so einfach verleihen. Keine Sorge, ihr Puzzle-Kopf-Gerden-Hilfe ist unterweg. Jetzt wird gerettet. Boom. 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 Also, leihen wir uns jetzt dieses Leuchtingsbums aus, oder was? Ich sag dir was. Wenn die Skylander diese riesigen Schneesturmballer besiegen können, dann bekommt ihr den Illuminator mit meinem Daumen. Nun, also gut. Aber, aber vielleicht sollte hier erst mal überall Salz gestreut werden, nur so zur Sicherheit. Na gut. So, hier ist nichts, was mich weiterbringt. Da schlägt ein Schneesturmballer gegen die Nordwand, Skylander. Wir treffen uns dort und besiegen ihn mit den Katapulten. Sei vorsichtig und pass auf, wenn sie mit ihren Kanonen auf dich zielen wollen. Keine Sorge. Der Illuminator beschützt unsere Feste und gibt allen Elfen Mut. Das ist ein Geschenk von Whirlwind persönlich. Mit dir und dem Illuminator an unserer Seite haben diese Zyklogen keine Chance. Na, da wäre ich mir nicht so sicher, Freundchen. Aber gehen wir mal gucken. Uiuiui. In dieser Zone sind Skylander des Technologie-Elements stärker. Okay. Da komme ich wohl nirgends weiter. Ach. Ernsthaft? Ich gehe mit Schneeschippen bewaffnet. Treffer. Hallo. Uppala. Okay. Das war jetzt relativ einfach. Macht aber auch gerade mal gar nix. Oh, Eis. Ist ja nicht kalt genug hier. Grüßt du. Moment. Moment. Aha. Okay. Das war gerade nicht ganz so erfolgreich. Also diese neue... Was heißt neue? Diese Attacke, die ich normalerweise nicht benutze, habe ich echt nicht drauf. Na egal. Nehmen wir die üblichen. Ja, ist jetzt hier bald mal Feierabend. Ja, sieht so aus. So, ich müsste eigentlich garantiert darunter, aber da links geht was hoch, also gehen wir da hoch. Okay. Irgendwas vermisst ich habe ich gefunden. Das sollte das kleinere Problem sein. Der Feuer Skyländer. Nehmen wir den hier. Heißt doch schon Firecraken. Ja, du mich auch. In dieser Zone sind Skyländer des Feuerelements stärker. Hä? Alter Schwede. Oh. Hä? Warum springst du denn jetzt nicht? Och nein, was ist denn das für ein blödes Ding? 2.000 Jahre später. Interessanter Ort, den erkunde ich. Ganz ruhig bleiben. Okay, ich habe jetzt hier definitiv schon mal geschnitten. Eben habe ich auch mal noch ganz kurz geflucht. Musste mal sein. Weil jetzt komme ich bis da hoch. Und dann geht diese blöde Tür so langsam auf, dass ich nicht reinkomme. Aber wenigstens ist sie auf. Aber ganz ehrlich, die Zone ist ja mal echter Mist. Warum rennst du weiter? Bleib doch stehen. Gehe die Tür auf da oben irgendwann. Und dann komme ich vielleicht auch mal da hoch. Was für eine miese Zone. Die war ja übel schwer. Das Gute ist, wenn man mal oben die Tür auf hat, dann hat man sie auf. Wie viele Versuche habe ich gebraucht? 7, 8? Keine Ahnung. Auf jeden Fall musste ich, glaube ich, mal Fluchen rausschneiden. Kann ich euch nicht antun. Gott sei Dank, diese Mistzone ist vorbei. Äh, Quatsch. Das ist der Falsche. Ja, komm. Bevor die hier Fischstäbchen aufgeben, auch ein Weg mit dir. Den hier will ich aufleveln. Aber den haben wir bald. So, wo sind wir denn hier zu Hause? Aua. Da oben sehe ich eine Schatzkiste. Hä? Moment. Ich glaube, ich habe gerade... Danke. Na. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe gerade zufällig den Weg da nach oben entdeckt, aber... schon wieder das Gefühl, eine unsichtbare Wand. Ich komme nicht rauf. Oh, jetzt ging es. Ich musste ein bisschen weiter links hin. Gut, wir haben eine Schatzkiste. So, jetzt hole ich mal das erste Mal das Eis hier. So, dann gucke ich mich mal um, wo sie man hier... Über den kleinen kann man auch drüber hüpfen, ist ja ein Ding. Hast du hier noch irgendwas? Nö, ist nicht gut. Also hier muss man eigentlich nur in Bewegung bleiben, dann geht es schon wieder. Wir machen das Katapult und besiegen den Schneesturmballer Skylander. Er darf unsere Verteidigung nicht durchdrehen. Ja, ja, erzähl mal lieber, wie es geht, du Nasenbär. Aha. Halt, Y zum zurückziehen, Y los zum Feuer, okay. Der könnte passen. Ah, gut. Die brauchen augenscheinlich nur drei Treffer. Hä? Regenbogenschienen, Alter. Wird jemand besser hier? Nichts gegen Regenbogen, aber in letzter Zeit wird ja so viel Geschiss auch, gut hatte ich gesagt, drum gemacht, dass ich so langsam nicht mehr sehen kann. Also die Regenbogen. Nicht das, was dahinter steht, das ist mir... Boah, habe ich kein Problem mit. Passt schon. Moment, auf dem kann man auch hüpfen? Hüpfen, kleine Krakadier da. Lol. Gut. So, was kommt denn jetzt wieder für eine Nummer? Oh. Hä? Was genau will dieser Schneemann von mir? Wupp. Die sieht mir aber nicht gut kommen, die Kameraden hier. Ah. Okay. Okay. Das kam jetzt gerade ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt. Ich habe nämlich nicht damit gerechnet, dass ich auf die... auf das Ding da jetzt draufwerfen muss. Aber gut, da stand ja Y. Mhm. Konntest du dich ja dann denken. Dann haben wir den Schlüssel in Nullkammer nichts gefunden. Okay, hier ist erstmal nichts. Schneekalibur. Ja. Geile Idee. Ja, komm, ich bin wütend. Ich gebe her das Ding. Schneekalibur. Das schreibe ich mir auf meine Schneeschaufel auch. So, äh, ah hier. Es fehlt nur noch, dass ich da irgendwelche Feinde ausgrabe. Oh, ein Schlüssel. Und ein Eis. Gut. Ja, Vanille passt schon. Dann machen wir hier mal auf. Aber dann gehe ich erstmal hier lang. Das habe ich ja bestimmt nicht aus Spaß und der Freude. Freigegraben. Nur ein Swap Skylender mit der Tempo-Fähigkeit kann diese Swap Zone aktivieren. Ja, das habe ich ja bestimmt nicht aus Spaß und der Freude freigegraben. Na ja, gut. Ich glaube, die Zonen, die gehen noch so halbwegs. Anziehen und angreifen. Bereit? Drei, zwei, eins, los. Reaktiert ein bisschen träge, der Kerl. Oh, jetzt bin ich der Heilung ausgewichen. Jawohl, Ski. Das war gerade eher ein bisschen ungünstig. Boah, Alter. Hey. Bis der reagiert, sind die schon längst da. Das ist Kaffee, soll ich? Wow. Dann reagier doch mal. Hallo, Schlafkopf. Verzögerung etwa zwei Sekunden. Super. Oh Gott, war das schlecht. Wow. Okay. Das war jetzt das Beispiel, die Vorführung. So macht man es besser nicht. Gott, was denn? So, was haben wir hier? Einen Hut. Was ist denn das? Frostkrone. Oh, das passt sogar. So, der ist ja schon maximal gelevelt. Wer hat mit dem immer gespielt? Ah, ich weiß wer. König Käsebrot. Ich dachte eben, ich bin in der Kugel drin. Ne, ernsthaft? Guckt mal. Ich dachte eben, ich bin da drin gefangen. Klasse Sache. So, gibt es hier noch was? Ne, anscheinend nicht. Ah ja, hier gibt es was. Stress. Schneeroller. Schneeroller. Ich fiel sie mir euch gleich. Okay, das erschien jetzt nicht ganz so schwer, aber spiel ja auch auf leicht. So, ist hier sonst nix? Das ist so verdächtig. Nee, aber die Kamera bewegt sich auch kein bisschen. Insofern müsste das hier alles gewesen sein. Ach, da drüben ist schon wieder eine Zone. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. In dieser Zone sind Skyländer des Wasserelements stärker. Na, willst du wohl? Hallo. Gucken wir erst mal hier. Was, die geheime Feste. Oh. Das war mal eine leichte Kiste. Ich könnte mich ja eigentlich auch wieder hinlegen. Oh. 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 Teleport für das. Hä? Das Ding furzt Münzen. Oh, jetzt nicht mehr. Nur ein Swapskalender mit der Teleportfähigkeit kann diese Swapzone aktivieren. Möp. Möp. Lustig. Ja, 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 ist ja gut. Ja, ja, ist ja gut. Mit der Teleportfähigkeit kann diese Swapzone aktivieren. Hübser. Beinahe wäre mir abgeschmiert. Ich habe schon erwähnt, dass ich diese Zone eigentlich gar nicht mag. Bin gespannt, wie oft. Gut gemacht. hallo ja ich sag dir ich mag die zonen nicht gut gemacht ja 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 ich wäre froh ich wäre schon durch ich bin durch gott sei dank noch ein hut nee der zweite legendäre schatz auch gut elfenpfeil hokus pokus pokus verschwindibus ach nee moment mit hut zu können wir vielleicht später noch ein bisschen weitermachen erst muss der laufstufe 20 ach was haben wir denn hier ganz schön betrieb auf jeden fall so das hier wird der normale weg sein zum weitergehen jetzt habe ich zum hals klasse und wir gehen etwa erstmal hierher du brauchst einen gespinster skyland um dieses tor zu halten dann nehmen wir doch den ich bin nicht zimperlich das ist mir bewusst mein lieber ich bin der räumdienst ich bin der räumdienst ich bin der räumdienst das nächste mal geht es mir aus dem weg fettsack geh weg ich will da rüber oh das geld ist auch gut oh eine einmalige chance ah da ist einer drin ok das war jetzt im moment relativ leicht das auch und das auch so was drei von fünf ok oh ich ahne ja scheußlich ist genau das auch nicht ganz am anfang euch geht es doch wohl nicht gut im moment ist ja auch noch einer doch nicht das waren schon bies jetzt gucken wir uns erstmal um tankgeber tankgeber da recht so notfalls ebenso ja ah ja die attacke gefällt mir hallo och man hoffentlich kann ich hier wenigstens rumtuckern ne da hat sich gleich von den sacken dann eben da hoch weil unter der brücke komme ich bestimmt nicht durch nach nach Ach, der Flügel-Saphir. Wobei das Wort Flügel-Saphir oben rechts im kleinen Feld anders geschrieben war. Ja, das ist mir ja wurscht. Ich wollte wissen, was mir noch fehlt. Noch jede Menge. Dann scheint das Level noch lang zu sein. Ich habe erst die Hälfte. Du lieber Himmel. Äh, hallo? Ich wollte diese Schaufel hier mitnehmen. Das ist ja wohl nicht euer Ernst jetzt. Und wie soll ich den hier freischaufeln? Hä? Das ist ja aber mieslich. Hm. Die wollen einen bestimmt ärgern. Gucken wir mal, ob es hier noch... Was soll das denn jetzt? Oh nein! Was tun die mit dem Ofen? Einfrieren, würde ich sagen. Sie haben den Illuminator eingefroren. Ohne sein Licht haben wir keine Chance. Du musst den Illuminator schnell wieder zum Leuchten bringen, bevor die Elfen den Mut verlieren. Benutzt die Regenbogen schieben. Hallo? Ja, du mich auch. Jetzt gehe ich erst mal da runter. Ganz unangkorbig. Gut. Ich gehe erst mal da runter. Das ist ja gut. Ich gehe noch rein. Ich gehe erst mal da runter. Ich gehe erst mal runter. Und jetzt gehe ich jetzt mal der Arm. Ja. Ich gehe erst mal herunter. heute nicht oh kann ich dass sie nicht mehr drehen auch sehr schade ok da ist nichts weiter wo geht es jetzt weiter also ich glaube muss zuerst hierher ohne den ofen bleibt der illuminator gefroren ohne das licht des illuminators können wir nicht weiter kämpfen ok warum ist die schaufel jetzt schon wieder weg halt schon bis keine turnstuhl klein holz das gibt doch gleich ein level ab hier oder immer noch nicht aber jetzt gleich jetzt aber stufenaufstieg absolut bis zum anschlag jawohl na also dann haben wir den kleinen kerl doch mal aufgemöbelt bis zum anschlag oh ja da hinten sehe ich was zum drehen und da drüben sehe ich einen fehlen stein hallo was ist das heute das gibt es doch nicht warum hat jetzt wieder nicht reagiert gar mal langsam machen hier so es geht doch auch nicht gleich menno stinkbomb dann zeig mal ok da geht es wohl nicht mehr hin irgendwie habe ich das dumme gefühl ich muss noch mal da hoch war ich da gerade ich bin doch hier hinten runtergejumpft und dann wo ganz anders rausgekommen ach so da habe ich das ding ja runter gepfeffert dann habe ich den an der stelle mehr zugetraut das nötig und hier scheint es wirklich nicht mehr weiter zu gehen sichere die südmauer jetzt darf ich wieder ausweichen darf ich wieder schneewelle schießen wollte ich eigentlich sagen das war jetzt ein bisschen mittelmäßig ehrlich gesagt ok 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 könnt ihr mich mal in ruhe lassen und ich von der feuer machen aha gute arbeit skylander mit dem illuminator können wir gar nicht verlieren so sind wir jetzt fertig ihr nasen moment mal wo komme ich da wieder nicht hoch jetzt ging ok da wohl eher nicht na gut dann gehen wir heute noch zudem da die schneemänner sind weggegangen und niemand macht munition alles ist aus wie ein feuer im regen der hafen wird angegriffen katapulte schneemannen finde schneemänner ja ich will aber da rein 3 schuss 3 treffer das war wirklich nicht übel 3 schuss 3 treffer ok hier scheint nichts mehr zu sein nischt wie weg so gut verbessern kann ich mich eh nicht mehr daneben moment mal du hör mal zu der eiswöffelspender es reicht mir jetzt nur skylander der elemente luft und leben können dieses tor öffnen luft und leben jetzt geht die sucherei wieder los auch leben habe ich sogar na was war denn luft und leben können dieses tor öffnen stink ranger oder so und hält wirklich sink ranger ach du heiland in dieser zone sind skylander des luftelements stärker ok das ist das schon wieder für quatsch hallo ich dachte da leuchtet was ok ich habe keine ahnung was hier machen ja machen soll ehrlich gesagt ach mal was spricht er für ein misst zusammen kann er nicht mal senkrecht springen stand gerade bisschen auf der kippe ok eine skimütze ist aber auch ein älteres modell ich dachte da oben wäre vielleicht noch irgendwas so was machen sie denn jetzt habe ich den ja aufgepowert bis zum anschlag ach ich nehme mal einen ganz anderen ich glaube den habe ich noch nicht so furchtbar lange habe ja nicht ich kann sie so gleich wieder wechseln sich grad mit schrecken so was haben wir hier wie passend das war zum aufwärmen gehen wir jetzt erstmal zu der jeans kiste so das müsste ja jetzt gehen weil so viel money hat ja auch noch nicht nur die attacken weiß ich gar nicht mehr ah ja die gefällt mir schon wie es könnte mehr herkommen ja genau na will der mich einfrieren oder was dann krieg ich den halt er ist schon etwas langsam der kerl aber gut macht ja nichts so da oben kommen wir nicht weiter macht das ja auch noch einer kommt da von der ersatzbank ich soll auf dem boot nach schneemännern suchen das ist jetzt unheimlich schwer werden die bestellt interessanterweise schmelzen die schneemänner nicht so meine befürchtung ist dass die katapult nummer hier mit der zeit ein bisschen schwerer wird das ist der dritte gewesen jetzt aber okay jetzt gucke ich aber erst mal schnell auf dem schiff nicht dass ich irgendwas übersehen habe aber ich glaube nicht nee da ist nichts mehr jetzt gucken wir uns nur noch mal schnell hier neben um ja schön im grunde das scheint tatsächlich gewesen zu sein hier müsste gleich die zone kommen flucht wurde so schnell weg dann gucken wir doch mal was hierhin geht das ist jetzt gar nicht so schwer ich dachte erst was kommt hier was und das kompliziertes aber das ist eigentlich eine ganz einfache nummer so okay hier ist sonst nichts oh die hitze ist unschlagbar ich habe jetzt zwar ehrlich gesagt von meinem eigenen kampf kaum was sehen können aber okay so jetzt noch keine weiteren wege mehr also abmarsch darunter und das sieht mir wieder erheblich nach auftauen aus okay fehler begriffen so wir stellen jetzt erstmal nackt kommst du wohl da hinten dran die kiste dahin die komisch rülpst und die dahin und jetzt können wir ach da oben sind die handschuhe jetzt können wir dem ding dann schubs geben und jetzt können was auch drehen ich glaube damit haben wir doch schon wieder wieder hey das war zum aufhören ach guck mal da oben ist ja noch was da haben wir doch schon wieder was gefunden nett hä moment erst mal fragen was verbindet die farbigen feuer was für feuer was nimmt die denn das war genau habe ich noch mehr drüben an oder wie da passiert nichts und für den rum Muss ich das verstehen? Ich weiß nicht, was ich da mache, ehrlich. Ich springe einfach nur doof da drauf rum. Ich begreife es immer noch nicht. Vor allem. Manchmal springt er von alleine, manchmal halt auch nicht, ne? Sag mal. Sag mal, du stehst doch drauf, dann spring doch du. Hä? Ich verstehe es ganz ehrlich nicht. Wo liegt gerade das Problem? Okay, jetzt steht da oben 65, ich habe keinen Plan, was der von mir will. Na? Warum springt er ständig zur Seite weg? Hä? Ich verstehe dieses Rätsel absolut nicht. Das macht keinen Sinn hier gerade. Was fehlt denn noch? Also, wenn da einer kapiert, was ich jetzt gerade falsch mache, warum da nicht die sechste Flamme kommt, das darf er mir gerne erklären. Weil, ich kapiere es gerade nicht. Links haben wir gelb, orange, rot. So, und was haben wir hier noch? Wir haben rechts blau, in der Mitte grün. Moment mal. Moment mal. Hat das was mit den Farben zu tun? Hoppla. So, hier haben wir jetzt grüne Flamme, wenn ich da hüpfe. Warum auch immer. Ich kapiere es immer noch nicht. Aber ich springe jetzt mal da drüben drauf. Was soll das? Sag mal, wollt ihr mich verkacken? Was ist das für ein Quatsch hier? Hallo, gibst du eine Antwort? Ich bin völlig überfragt, was ich hier mache. Ich bin völlig überfragt, was ich hier mache. Also, beim besten Willen, es erschließt sich mir nicht, was die ihr von mir wollt. Da brennt eine Flamme, da brennt eine Flamme, da drüben brennt keine, aber da drüben bin ich jetzt die ganze Zeit drauf umgehüpft. Da brennt auch eine. Tut mir leid, ich bin raus. Ich verstehe es nicht. Das muss man für später merken, das muss ich mal rausfinden. Ob da jetzt irgendwas nicht funktioniert hat oder ob es da ein bestimmtes Muster gibt, das man nehmen muss. Ich weiß es nicht. Aber das ärgert mich jetzt irgendwie. Zumindest habe ich da einen Seelenstein entdeckt. Oh, spring doch weiter, du Strackelsocke! Warum läufst du jetzt weiter? Ich hasse das. Jetzt bleibst du doch auch direkt noch am Springen stehen. Immerhin. Was ist das denn? Rubble Rouser. Ich glaube den habe ich nicht. Ups. Entschuldigung. Ich glaube ich habe es eben übersprungen. Ich schäme mich und stürze mich in den Tod. Ne Quatsch. Die Abkürzung zurück. In den Tod stürzen ist generell eine ganz schlechte Idee. Hey, das werden immer mehr. Wie? Ich dachte das wäre der letzte für den. Und decken wir mal schön ein hier. Geht doch. Das war der letzte Schneesturm Baller. Dumme schnell machen Skylander. Zyklopen haben den Hauptturm eingenommen. Besiege sie. Tja, ich müsste jetzt da hinten weiter, aber ich will jetzt wissen wie das da oben geht. Da bin ich für ihn irgendwie dran gescheitert und ich verstehe es immer noch nicht. Ich gehe mir das nochmal angucken. Okay. Okay, da passiert nichts. Moment. Hä? Ich verstehe es immer noch nicht. Jetzt sind da vorne die Flammen alle aus. Sag mal, wo springst denn du rum? Also da kann man an der Stelle kaum steuern, weil er hüpft mehr oder weniger unkontrolliert in irgendwelche Richtungen. Aber nicht unbedingt da, wo man hin steuert. Okay, jetzt war ich da oben. Nee, ich kapiere es nicht. Das macht einfach keinen Sinn. Was wollen die von mir? Holzköpfe. Mann. Also da muss ich dann irgendwann nochmal in Ruhe gucken. Oh Gott, was kommt denn jetzt wieder für eine Nummer? Was haben wir denn hier? Oh, okay. Ich habe gerade überlegt, wie ich da jetzt runterkomme. Und mit etwas Glück habe ich meine Gegner schon platt gemacht. Das wäre natürlich perfekt. In dieser Zone sind Skylander des Erdelements stärker. Ich habe es gar nicht. Sehr gut. Ich habe es keinen Tag, aber die Kunde. Ich habe jetzt mal gar nicht. Also, ich habe es nicht. Ich habe eine kleine Runde vorliegen. Das ist mir jetzt nicht mehr, wenn ich das nicht möchte. Ich kann euch haben. Ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. Und jetzt wäre ich mir das. Ich habe es nicht mehr. So, immer schön einen aussuchen, den konzentriert angreifen, feststellen, dass er ein Schild hat und ihn trotzdem platt machen. Gut gemacht, Skyländer! Oh! Bitte, wie viele Sachen habe ich nicht entdeckt? Oh! Okay. Zwei Schatzkisten verpennt ein ganzes Gebiet, eine Bonus-Missions-Karte und eine Schriftrolle. Und das, obwohl ich jetzt so viel zu schneiden habe, weil ich so viel Mist zusammengespielt habe. Oha! Na ja, gut. Dann muss ich das wohl ranhängen. Ist nicht anders. Bis gleich! Na also, wir kommen der Sache doch schon näher. Ich bin ganz am Anfang vom Level und jetzt guckt mal da oben links in die Ecke, da sehe ich da eine Schriftrolle. Ich habe nur irgendwie keine Ahnung, wie ich da rankomme. Was habe ich denn da vorhin übersehen? Beim ersten Durchgang. Äh, würdest du mal so weitergehen? Ja. Das war zum Aufwärmen. Hab ins Feuer! Das hier. Hahaha! Vor vielen Jahren fiel die Winterfeste unter einen Fluch, der bewirkte, dass immer Mitternacht war. Glücklicherweise eilte der Skylander Whirlwind zur Rettung. Sie verzauberte ein Kristallhorn, den Illuminator, der den Frost-Elfen dauerhaftes Tageslicht brachte. Nur wissen die Elfen jetzt natürlich nicht mehr, wann Schlafenszeit ist. Das ist auch wieder nicht so doll. Es geht heiß her! Na gut, dann suche ich mal weiter. Also ich glaub's ja nicht. Jetzt bin ich gerade... Hoppla! Einfach nur bis hierher gelaufen und ich glaub diese Wirbelzone, die hatte ich gar nicht. Blöde ist, ich hasse Wirbelzonen. Ich hasse sie wirklich. Mittlerweile. Also so wie man äh kalten Kaffee hasst. Wird jetzt keiner gemeuchelt deswegen, aber ich mag die Dinger einfach nicht. Da bin ich in die Dinger nicht mehr. All die Dinger nicht mehr, die Dinger nicht mehr, die ich nicht mehr selbst rufe. Aber ja, das ist ja mal der Verdammel. Und dann muss ich nachher nicht mehr neben dem hinwenden. Und jetzt kann ich noch mal der Dinger man die Dinger nicht sagen, Oh, Mann. Ich will doch nur da rein. Gott sei Dank. Also ich habe Sinn, Zweck und Reiz dieser Zonen bisher beim besten Willen nicht verstanden. Das geht ja mit Sicherheit wieder in die Hose hier. Oh, Gott sei Dank. Wer man in so einem inneren Kreis ist, geht es eigentlich, aber bis man da drin ist. Ja, genau. Ja, ich würde gerne da in die Mitte. Wäre das vielleicht mal machbar. Ich versuche mich jetzt einfach nur vom Rand weg zu halten. Wo willst du denn hin, Mensch? Nicht da. Gott sei Dank. Du gewinnst. Wann habe ich den denn eingesammelt? Gut, die Bonus-Missions-Karte hätten wir dann auch. Jetzt fehlen euch nur noch zwei Schatzkisten und ein Gebiet. Okay. Ich suche mal weiter. Wir kommen der Sache näher. Also, ist auch nicht so furchtbar weit vom Anfang weg. Entschuldigung. Da drin gibt es Schneekalibur. Dann graben wir hier schön frei. Kriegen den Schlüssel, um da aufzumachen. Und hier war ich runtergelatscht und hatte hier diese Tempo-Zone gemacht. Nur ein Swap-Skylender mit der Tempo-Fähigkeit kann diese Swap-Skylender aktivieren. Und da geht es weiter. Und man sehe und staune, da steht eine Schatzkiste. Was ist das? Was? Ja, ja, ist gut. Wie in drei Teufels Namen? Okay. Also, einer hat schon mal geklappt. Oh, der ist auch nicht so schwer. Wie kriege ich die denn bewegt? Äh... Ich glaube, das hier könnte tatsächlich funktionieren. Tut sogar. Okay. Ja, ne? Das war gar nicht so schwer, wie es aussieht. Na gut. So, da hätten wir den kleinen Hitzkopf schon mal auf Stufe 11. So, und jetzt muss ich durch das ganze Level durchmarschieren, weil die letzte Schatzkiste gibt es bei den komischen Flammen und ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Naja, schauen wir mal. So, jetzt stehe ich wieder hier und bin so planlos wie vorher. Achso, erst labern. Verbinde die farbigen Feuer, um die Regenbogenlampen anzuzünden. Verbinde die farbigen Feuer. Ja, und jetzt? Jetzt geht hier nix mehr an. Jetzt schon bei drei von sechs Schluss oder wieder was? Or, oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Ich verstehe es immer noch nicht. Moment mal. Ich muss die Farben mischen. Wenn nur Gelb brennt, dann geht die Gelbe Flamme an. Rot und Gelb geht Orange an, Rot geht Rot an. Gelb und Blau geht die Grüne an, Rot und Blau geht die Lila an. So, wenn ich jetzt da drauf springe und es geht Blau an, dann habe ich es geschafft. Es waren die Farben, die man mischen muss. Alter, da hätte es auch drauf kommen können. Und da ist jetzt die fehlende Schatzkiste. Oh Mann. Da habe ich aber echt auf dem Schlauch gestanden vorhin. Auf die Idee bin ich auch nicht gekommen. Ich habe es irgendwie absolut nicht gerafft. So, nochmal langsam. Ich glaube, jetzt habe ich alle Ziele. Hier. Es geht doch. Gut, dann ab zum Ausgang. Na, also es geht doch. Okay, ein bisschen weiter links. Achte auf den Drehpunkt. Das ist ein Profigerät, nicht so eine Schneeflugkiste. Weißt du, wenn dir dein tolles Schiff so wichtig ist, Schärfin, dann versuch es doch selbst zu tragen. Hey, ich verrichte keine körperliche Arbeit. Dafür habe ich Leute. Denk immer daran, Flynn. Der Illuminator beleuchtet die Skylands weit durch jeden Schneesturm, den Chaos schicken kann. Tja, danke für die Leihgabe. Ist echt, naja, glänzend. Gibt es da einen Schalter zum Einschalten oder so? Nein, nichts dergleichen. Man fokussiert nur Licht dadurch und es macht den Rest. Wirklich? Quasi so? Nein, Flynn, nicht! Ah! Meine Augen! Ist das Blindmacherlicht etwa undauerhaft? Für den... Ha, 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 ha! Großartig, Skylander! Du hast den Illuminator und du hast eine Zyklopeninvasion abgewehrt. Kablam! Jetzt, wo du den Illuminator hast, kannst du durch die gefährlichen Schneestürme in den Frostfestbergen reisen. Aber Vorsicht, Skylander! Wenn der alte Frosthund wirklich dort ist, kannst du wetten, dass Chaos fiese Schergen nicht weit sind. Der Illuminator ist auf Sharpfins Schiff. Du findest ihn am Lufthafen, wenn du bereit bist, den Frosthund zu suchen. Viel Glück, Skylander! Ich weiß, du findest den alten Frosthund! Na okay, damit wissen wir schon mal, was wir als nächstes zu machen haben. Aber für heute reicht es echt. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt, wie immer, mit den Worten. Ihr dürft gerne meinen Kanal abonnieren, meinen Videos kommentieren, dann solltet ihr Glocke aktiv, wenn ihr mir nichts verpasst und genießt euer Leben. Bis denn dann, bis zum nächsten Part, will ich hoffen. Ciao! Ciao!